Und damit wird's kommen zu einer kleinen Testreihe. Ich hab ja gesagt, ich gehe eine Erbe der Könige Review an. Und eine Sache, an die ich mich sehr gut erinnere und die ich auch vor ein paar Jahren noch erlebt habe, als das Spiel rauskam und die History Edition rauskam, da hab ich die Kampagne nochmal durchgespielt. Das sehen wir nur jetzt hier nicht, weil ich jetzt mit gepatchter Edition spiele. Das Early Game, also zumindest in der Kampagne, ist ja immer ziemlich zäh, weil es ziemlich lange dauert, bis man mal wirklich was bauen kann. Aber man auch nicht wirklich was zu tun hat, außer halt mit den Helden rumlaufen, vielleicht mal mit NPCs reden. Und jetzt will ich halt wissen, liegt der Fehler bei mir? Oder benutze ich einfach die Mittel nicht richtig? Weil es gibt ja zum Beispiel das Überstundenfeature, was aber schlecht erklärt ist. Beziehungsweise gibt es auch noch Motivation, es gibt Glaube, es gibt Steuern. Und diese Beziehungen zwischen diesen vier Systemen möchte ich heute ein bisschen ergründen. Das heißt, wir gehen in stillen Winkel und machen mal ein paar Tests. Und vielleicht fangen wir dann später noch die Kampagne an. Das heißt, wir gehen in stillen Winkel und machen mal ein paar Tests. Sieht ein bisschen leiser. So, ihr baut ein Dorfzentrum. Ach nee, warte, wir können noch gar nicht Leib eigen kaufen, weil wir noch keinen Platz haben. Nur ist das Dorfzentrum, hätten sie uns ja schon mal geben können. Ist das das Game, wo der Kalkof die Synchro gemacht hat? Ja. Zumindest im Hauptspiel. Im Add-on haben sie dann den Mentor ausgetauscht. Ich weiß nicht genau, warum. Äh, so. Ihr geht mal Holz hacken. So, kann ich es mir leisten, direkt die Hochschule zu machen? Weil ich würde gerne Bildung möglichst schnell haben. 300 Lehm. Na gut, das müsste eigentlich hinhauen. Wo ist der Lehm-Schacht? Ja. Hier drüben, glaube ich. So, gut ich kann. So, ihr geht auch Holz hacken. Ich will sie nicht auf Lehm haben, damit wir gleich die Werte ablesen können. Wo ist der Lehm-Schacht auf dieser Map? Wie ihr wollt. Fällt doch gerade auf Eisen. Sieht irgendwie überhaupt nicht eisenmäßig aus. Weil in Erzform ist Eisen eigentlich ja eher rötlich. Beziehungsweise durch die Korrosion. Deswegen würde es an der Oberfläche halt so aussehen. Sehr wohl. Ja, mein Lord. So gut ich kann. Kann man eigentlich... Kann man... Warte, kann man Way-Points machen? Ja, geht. Ja. Wird nur nicht angezeigt. Es ist bei Siedler ja leider keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, da drüben ist der Lehm-Schacht, ne? Aber dann? Na gut. Ich habe jetzt ein paar Situationen mir überlegt, die ich mal gerade abchecken möchte. Wie die funktionieren. So, hier ist der Lehm-Schacht? Ne, Eisen. Der bringt uns... Theoretisch könnten wir auch mit Eisen testen. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Aber falls wir bestimmte Forschungen brauchen, wäre das natürlich praktisch. Weil ich glaube in Echter nicht, dass die Minen, die sind ja intern das gleiche Gebäude. Deswegen vermute ich mal, dass sie da keine Unterschiede gemacht haben. Wie produktiv die sind. Wo ist, Dario? Wie ihr wollt. In Ordnung. Wir können auch den Steinbruch nehmen, aber der hat andere Animationen. Ja, ist der Lehm-Schacht. Okay. Passt auf. Ihr... Kann ich? Okay, nein. Ich kann es nicht so machen. Wird erledigt. Also, Bauaufträge kann man nicht so geben. Was ich mich aber frage, ist, ob es wie bei Age of Empires ist, dass der erste Leibeigene, der Gebäude baut, dass der doppelt zählt. Das heißt, der zweite Bracht bringt dann halt nur eine 50-prozentige Beschleunigung. Das heißt, wenn man mehrere Gebäude baut, will man eigentlich aufteilen. Wenn man nicht unter Zeitdruck steht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. So. Genau. Bildung brauchen wir relativ früh. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. So. Und wenn wir dann auf Buchdruck hochgehen, können wir auch später noch mit den Uhren testen. Weil mir wurde schon gesagt, zumindest im kompetitiven Bereich, wenn man mit einer Motivation hochpushen will. Bauen die Leute in der Regel Uhren. Wahrscheinlich. Weil ich glaube, Uhren haben nur... Genau, die kosten nur Holz und Thaler. Das heißt, die sind eigentlich... Kann man die gut... Das heißt, man kann die gut spammen. Und Kapelle... Genau, Kapellen können wir... Genau, das heißt, wir brauchen im Prinzip diese komplette Reihe hier. Aber das müsste... Genau, da kommen wir mit den Startvorgaben hin. Oh, das ist genau... Das ist ja die Geschichte hier. Dass es sechs Gelehrte sind. Das heißt, ein kleines Wohnhaus reicht nicht aus. Aber gut, der Bauer braucht kein Haus. Und der Bauer produziert ja nichts. Jetzt bauen wir nämlich die Häuser... Das Haus und den Bauernhof schon mal vor, aber noch nicht fertig. Dann können wir nämlich gleich mit einem Safe State arbeiten. Hier lässt er sich gut leben. So, was ich gerade noch wissen müsste. Ähm... Tastatur... Wo kann ich die Missionsuhr einblenden? U-Anzeigen. F8. Oh, das ist meine Aufnahmetaste. Das ist nicht gut. Ähm... Das ist jetzt nicht gut, weil das ist meine Aufnahmetaste. Und ich kann es nicht ändern. Warum darf ich die nicht ändern? Ähm... Da muss ich jetzt mal kurz bei OBS den Hotkey raus machen. So. Jo. Hat er auch direkt übernommen. So. Ihr erforscht schon mal die Bildung. Wir haben ja noch keine Bildung. Wir haben nur eine Hochschule, aber wir haben auch keine Bildung. Aber gern, wenn's denn sein muss... Ja, ist gut. So. Lebensschacht. Neue Technologie ist erfolgt. Die brauchen die Festung, ne? Oh, ja. Die Festung dafür. Und für die brauchen wir Stein und Lehm. Meine Lehm kriegen wir gerade nebenbei. Aber einen Steinbruch sollten wir vielleicht auch bauen. Dafür reicht es auch gerade noch. Ja, brauchen wir definitiv, weil sonst kriegen wir die Kathedrale später nicht gebaut. Holy, lauter Frau. Ich sehe jetzt gerade was Blitzgesperrte. Dankeschön. So, die beiden Kosten... Ja, der Bauernhof ist teurer. Ich wollte nämlich auch wissen, wenn ich mich für eins entscheiden muss, beziehungsweise was baue ich zuerst. So, der Bauernhof... Ich kann mir vorstellen, dass die höheren Kosten einfach nur sind, weil er ja auch mehr Kapazität hat. Und noch ein Arbeiter, der Geld zumindest bringt. Hinzufügt. Na gut. Jupp, nichts lieber als das. Eventuell U. Was? Ich hoffe nur, dass wir gleich nicht das Problem haben. Dass die gleich den ganzen Weg hier rüber rennen. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch die Reichweite ist von den, äh... Wobei, eigentlich dürften sie ja die Ersten nehmen, die rauskommen. Also, das sollte kein Problem sein. Das ist schade. Das ist schade. So, Lebrug ist fertig. Wir machen einen Safe-State. Genau, da kommen sie. Ich habe das aber im Kopf, dass sie normalerweise nicht eine volle Leiste direkt am Anfang haben. Sondern irgendwie so ein kleines Stück, dass sie kurz anfangen und dann auch sehr schnell wieder aufhören. Ja, die haben nicht viel Ausdauer dadurch. So. 11.15. Habe das als Gameplay gespielt? Ja, habe ich auch. Deswegen habe ich auch eine etwas komplexere Geschichte mit diesem Spiel. Kam der Sound-Alert gerade wirklich ganze drei Minuten verspätet? Nein. So, Resident Evil. Danke fürs Prime-Abo. Ich würde schon sagen, Bits lösen, glaube ich, gar keine Alerts aus, weil ich da nichts gemacht habe. So, die haben jetzt 30 Sekunden gearbeitet und haben 50 produziert. So, und wir haben noch eine Motivation. So. Nein. So, ich hoffe, der lädt jetzt auch direkt wieder die Uhr. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nichten. So, Überstunden. Und mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. So, was sagt er? So, gehen sofort an die Arbeit und arbeiten, bis sie wieder frei geht. Na, das werden sie gar nicht mögen. Weil ich habe so eine Theorie, wie das hier, dieser Wert hier funktioniert. Weil ich habe oft genug gesehen, dass Glaube manchmal es beeinflusst und manchmal nicht. Oder mal Zeit durch deine Videos mit dem Spiel ist viel besser geworden. Das ist... ...ist erstaunlich zu hören, weil ich selber ja gar nicht mal so gut bin. Also zumindest nicht im Multiplayer. Aber es ist das Schönste, wenn Leute das mit meinem Wissen anfangen können. So, Zeit müsste jetzt eigentlich sein, wie vorhin auch. Beziehungsweise um 11.15 Uhr fangen sie an. Das ist ganz praktisch zu messen. Aber wir sehen auch nur den einen da arbeiten, ne? Ja, da sehen wir auch, Motivation geht runter, aber richtig flott. Boah, die haben... Leute, ihr seid jetzt gerade mal 20 Sekunden am Arbeiten. Jetzt ist aber... Jetzt ist es aber mal gut hier. 20 Sekunden länger arbeiten als sonst und schon sind sie sich am Beschweren. Ist das diese Generation Z? Und da sind sie schon wieder weg. Und wir haben da eine Motivation von 76. Die Frage ist... Sind die jetzt... ...beeinträchtigt? Nein, eigentlich nicht. Was würde ich jetzt geben für ein wahres... ...denen ist das egal. Das heißt, wenn die jetzt weg sind, müsste das ja wieder hochgehen. Genau, das ist nämlich nur der Durchschnittswert. 20 Sekunden länger arbeiten direkt mit kommunistischer Revolution. Ja. Ja. So, wir beenden die Überstunden. Aber das geht auch... Also, die erholen sich auch direkt wieder. Das ist jetzt... Das ist interessant. Also, man bekommt direkt Feedback. So. Ich überlege gerade... Arbeiten erst mal die Überstunden weiter oder wie es sich mit Steuern auswirkt. So, wir haben gleich Zahltag. Ich will jetzt gerade mal sehen, wenn jetzt keine Steuern gezahlt werden. Direkt 119 Prozent. Also, am... Aber es hält auch nicht lange, ne? Wieso hält das nicht? Pendelt sich bei 106 ein? Hi Morbus, Willi. Willkommen zum Stream. Wieso geht die Motivation jetzt wieder runter? Also, zum Zahltag würde ich ja verstehen, aber... Wir haben alle gerade keine Steuern gezahlt. Also, ich weiß, dass das Maximum normalerweise bei 300 Prozent liegt, aber... Hängt das von den... Von den Sachen ab, die man schon gebaut hat? Weil dann ist das ja... Also, das hat ja jetzt gerade mal 20 Sekunden gehalten oder so. Ich meine, mit der kurzen Arbeitszeit, die sie gerade hatten, glaube ich auch nicht, dass... Ja, das haben wir gerade gesehen, dass bei Überstunden die Motivation untergeht. Ich versuche gerade herauszufinden, wie weit und wie sich das alles gegenseitig beeinflusst. Aber bei allen 120 Sekunden Zahltag kann man mit den Steuern das definitiv nicht ausgleichen, weil die nach 40 Sekunden, wo wir schon aufgehört haben, ja, jetzt haben wir 50 Sekunden gearbeitet und dann haben wir gesagt, okay, wir verschwinden jetzt. Zugegebenermaßen jetzt aber auch ohne Haus und ohne Bauernhof erstmal. Motivation kann mit... Ja, ich weiß, ich weiß. Ich versuche gerade nur, wie diese vier Sachen... Steuern, Motivation, Überstunden und Glaube. Wie die vier miteinander interagieren im Detail. Das versuche ich rauszukriegen. Weil das ist ziemlich undurchsichtig. Und ich habe auch wenig Informationen darüber gefunden. So, jetzt haben wir nämlich Zahltag. Wir haben immer noch die... Ansteuern, die gehen auf 20% und dann gehen sie direkt runter. Also die können das nicht halten. Dieses Falten kenne ich normalerweise nur bei über 300%. So kann aber auch natürlich auch daran liegen, dass sie keine... Keine Bleibe haben und dass dadurch dann sie nicht mehr als 100% haben können. Das würde Sinn ergeben. Ähm... So, wir laden. Und dann machen wir es einmal mit dem... Haus. Ich habe die Sachen falsch eingetragen. Ja, einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Bin dann mit der Zeile verrutscht. So. Okay, die Reichweite ist auch nicht besonders hoch. Was hat eine Motivation von 100? Also Morbus meinte gestern zu mir, dass die dann länger arbeiten. Also auch nur das. Das Spiel sagt, sie würden auch kürzere Pausen machen, aber... Was hat keine Zierobjekte? Also okay, also Zierobjekte brauche ich, damit es mehr als 100 sein kann. Aber die geben ja von sich aus schon Motivation. Das heißt, die temporären Maßnahmen sind ja eigentlich total überflüssig. Außer natürlich, man kann dann Überstunden machen, aber es erholt sich halt nicht von sich aus wieder auf die über 100. So. Der hat jetzt zuerst nur... Genau, der macht ja erstmal nur diese kurze Schicht. Das heißt, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Boah, das ist so schön, wenn man nicht... In der History Edition, sobald es regnet, siehst du ja gar nichts mehr. Also da musste ich ja noch diese Sachen patchen. Da habe ich nämlich festgestellt, dass der Updater, der die History Edition umwandelt in die Gold Edition, dass der das gar nicht mag. So, wir brauchen wieder die Uhr. Ähm, die Uhr. So. Die gehen jetzt wieder arbeiten und zwar von 12.20. Dann sagen wir 12.25, weil ich glaube, ich habe immer gezählt, wenn die reingegangen sind. Und dann sagen wir 12.25, weil ich glaube, ich glaube, ich habe immer wieder geblieben. Das geht jetzt nämlich nochmal. Das heißt, er müsste ja mit dem Haus schon mal jetzt vier Arbeitsgänge machen, möchte ich. Das geht jetzt noch mal. Ja, genau. Ja, aber geht er jetzt nochmal? Aber dann waren es nur drei. Wir haben jetzt 90 Sekunden gearbeitet. So, wir hatten einen Ertrag von 120 und wir sind weiterhin bei 100% Motivation, weil wir ja keine... Da haben wir ja nichts gefordert, weil wir keine Überstunden angeordnet haben. So, jetzt macht ihr mal den Bauernhof. Macht das eigentlich für den Bauernhof einen Unterschied, ob der ein Haus hat? Weil der produziert ja nichts. Ich glaube nicht, dass der irgendeinen Arbeitsablauf hat. Ist egal, wollte schon sagen. Ja, selbst ein Bauernhof-Upgrade ist ja auch so kompletter Finsklo. Ich weiß nicht, was sich Bluweit da gedacht hat. So, ihr geht futtern. Es ist Zahltag. Es beginnt zu regnen. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist kein Zuhörfein. So, ich überlege gerade, könnte er Bauernhof, wenn man nur eins bauen kann, kann tatsächlich besser sein, weil ausruhen können sie sich ja auch am Lager vorher ein bisschen. Aber sonst müssen sie ja komplett auf leeren Magen arbeiten. So, 12,35. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, hier, ich habe es eigentlich im Kopf gehabt, dass da auch mehrere Leute gearbeitet haben oft. Aber hier sehen wir ja jetzt einmal nur eine Person arbeiten von den fünf. Deswegen stelle ich mir halt die Frage, welches Teil ausbauen, da später sechs Leute arbeiten. Ich weiß, dass die Produktion pro Tick größer ist, aber macht das auch unterschiedlich, wie viele Leute da arbeiten. Äh, der hat sich jetzt aber schnell erschöpft. Jo, also nur mit Bauernhof arbeitet, also Schlaf ist wichtiger als Essen. Äh, wo ist es? Wir haben einen Ertrag von 80, hat 60 Sekunden gearbeitet. So, das heißt, ihr baut jetzt erstmal das Wohnhaus, dann den Bauernhof. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Na gut. Weil das Haus ist ja auch günstiger als der Bauernhof, das heißt, Häuser sind auch erstmal die viel bessere Investition. Ich hätte, es wäre ziemlich tatsächlich, ich hatte jetzt tatsächlich eher dann angelassen, dass es umgekehrt war, wegen dem Lagerfeuer. So, wir brauchen wieder die Uhr und wir brauchen wieder die Anzeige. So, das heißt, ihr kommt jetzt alle, macht einmal eine Essens-Polonaise, dann eine Schlaf-Polonaise und dann geht ihr wieder arbeiten. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das ist der Weg, nicht. So, er geht arbeiten. So, 12, 27. Okay, er hat jedes Mal seine Arbeitsanimation und die wird halt, je nachdem wie viel Energie er hat, öfter wiederholt. Das ergibt, es ist eine sinnige Art und Weise, es zu machen, ja. Man sieht, jetzt geht er natürlich total gut ran. So, der müsste ja dann ja 8 Durchgänge machen. Ah, 25 Sekunden mit jemals 40 Lehm. Also, das weiß ich gerade als wesentlich angenehmer zu messen. Dann wäre nämlich der nächste Schritt rauszufinden, sind sie mit Haus und Bauernhof auch bereit, mehr Überstunden zu machen. Weil ansonsten sehe ich eigentlich nur den Use Case, wenn du halt wirklich nur noch 20 Leben oder so brauchst oder deine Forschung fertig kriegen willst zum Rushen. Es wird wieder weggemacht, die dicken Mäntel können weg. Und dann gibt es jetzt einen Daumen hoch und wir können. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, das müsste der letzte Gang sein. Dann sind wir bei einem Ertrag von 320 in einem Zeitraum von ziemlich genau 4 Minuten. So, und jetzt gehen sie nämlich wieder... So, wie lange dauert es mit Haus und Bauernhof, bis die sozialistische Revolution beginnt? Nichts lieber als das. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Fertig! So, wir müssen dann gleich bei 1227 wahrscheinlich wieder alles hier haben. Und da befehlen wir dann Überstunden. Fängt das an, die Motivation runterzunehmen, soweit ich den Befehl gebe? Oder erst, wenn sie über ihre übliche Zeit hinausarbeiten? Aber dann ist es ja auch wichtig, mit welchem Timing ich den Befehl gebe. Don't know. Ja, deshalb sind wir ja hier. Mich überrascht mir irgendwie immer, dass sonst niemand sowas ausprobiert, gefühlt. So, wenn man bedenkt, wie Age of Empires zum Beispiel durchanalysiert ist. So, alle sind schon auf dem Weg. Das heißt, es ändert erstmal noch nicht ihr Verhalten. Ich werde nach ungefähr 30 Sekunden abhauen. Ja, es ist echt, wir meinten gerade schon echt erstaunlich. Nach 30 Sekunden einfach direkt so, okay. Kennen wir das Spiel heute raus, würde man daraus direkt irgendwie eine Kritik gegen Gen Z ableiten. Aber es scheint, als würde es erst wirken, wenn sie über ihre übliche Zeit hinausgehen. Also ihre normale Schicht machen die jetzt. So, ist ja einfach. So, wie gerne das такое rauskmalen? so dass wir auch schön die zeit sehen hat jetzt drei arbeitsgänge gemacht und nach dem achten müssten wir merken dass die motivation runtergeht aber was man bedenken muss es ist eigentlich wie bei frost punk also das ist zumindest meine denke so das hier ist ein rohstoff wenn du den nicht nutzt dann nutzt ihn halt nicht aber man muss sollte ihn eigentlich irgendwie ausreizen ist so die frost punk denke da willst du ja auch eigentlich immer die balken so am limit haben frage sei wie schnell erholt sich die motivation es wird wieder wärmer die dicken mäntel können weg ja 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 Aber wenn ich das auch richtig sehe, gut, hier laufen ja auch mehrere Arbeitsvorgänge nebenbei. Okay, aber zum Beispiel jetzt hier bei der Mine arbeitet ja eigentlich immer nur einer. Das heißt, ich gehe davon aus, dass mit dem Ausbau, dass der an der sechste und ich glaube auch später noch der siebte Bergarbeiter da ist, dass das wirklich nur für Steuerzwecke ist. So, einen macht er noch so und danach müsste gleich der Streik ausbrechen. Weil er Überstunden machen muss. Ein Bergmann beschwert sich, weil er Überstunden macht. Der Mentor kommt nicht mal dazu, seine Lines fertig zu sagen. Und sie haben jetzt noch nicht mal länger gearbeitet. Das war jetzt bis jetzt nur die übliche Arbeitszeit. Sehr schön gespliced, Leute. Super, das hat ja total viel gebracht. Uses Feature, würde ich mal sagen. So, da waren wir bei ca. 260 Sekunden. 344. Ja. Also Überstunden ist skaliert auch gar nicht. Motivation ist eigentlich unwichtig, weil das hier ist sowieso nur der durchschnittliche Wert. Und der verzerrt sich ja dadurch, dass wir hier halt auch noch das haben. Das heißt, es ist eigentlich ein totaler... Also Überstunden sind Blödsinn. Wenn man nicht gerade irgendwie eine Tech rusht oder so, würde ich mal behaupten. Das heißt, der Spaß interessiert uns nicht. Möchte ich nur gerne wissen, wie es mit Forschung... Mit Handel... Nicht mit Handel, mit Glaube aussieht. Wird erledigt. Vor allem, wie lange dauert das jetzt, bis die wiederkommen? Das ist natürlich auch eine wichtige Zeit. Also ist das ein Zahltag gekoppelt. Weil dann ist das wirklich ein schlechter Deal, weil dann verlierst du halt wirklich einen kompletten Arbeitszyklus. Also einen kompletten, vollen Arbeitszyklus mit Haus und Dings. Und was ich mir halt auch gerade denke, Motivation. Also es reicht ja, wenn er den Prozess anfangen kann mit der Energie. Das haben wir ja gerade eigentlich schon festgestellt. Das heißt... Äh... Theoretisch müsste es ja auch bei der Motivation so Breakpoints geben, wie die Karakartiks. Ausgebaut. In S4 und S3. Wo du halt... Wo sie dann eine Schicht mehr machen. Sondern du keine Kathedrale hast und überschreiten den Schuss ins Knie. Ja, ich merk's. Ich merk's. Es beginnt zu regnen. So, wenn wir jetzt... Wenn's jetzt direkt passiert... Yo. Ca. 3-4 Minuten. Muss ich dann mal auf der... In der Aufnahme gucken. Wie viel Zeit das wirklich ist. Aber da verlierst du halt wirklich viel. Investierst in Zielobjekte. Ja, aber dann erholt... Erholt es sich dann auch wieder auf den höheren Wert. Wenn ich die Überstunden rechtzeitig beende oder nicht. Ist in einem... Natürlich. So, wir können die Kapelle bauen. Wir brauchen ja eigentlich... Wir brauchen ja für Minenarbeiter nur die Kapelle. Die... Der Rest ist ja... Also theoretisch ist nur die Kathedrale ja interessant. Oh, jetzt ich erstmal... Das heißt die... Das heißt hier die... Ziehobjekte sind da, um... Das Maximum zu erhöhen. Das auch erstmal dahin zu pushen. Und dann... Wenn man's ausgegeben hat, praktisch... Mit... Äh... Mit Überstunden... Dann kann man... Das mit der Kirche wieder auffüllen. Das klingt in der Tat sehr useless. Weil ich muss ja schon ziemlich viel in die Kapelle, Kirche, Kathedrale investieren. Damit das... Funktioniert. Ich glaube, bringt alles wieder ins Lohn. Ja. Offensichtlich. Kein Problem. Ja komm, macht mal ein Handelnswesen. Guten Appetit. Eigentlich Late-Game-System, um Steuerlevel erhöhen zu können. Stimmt, steuern ist ja auch nochmal so eine Sache. Aber dann wäre gerade festgestellt, das ist ja auch nur... Da erholt es sich ja auch wieder auf das Level. Das ist ja auch nicht dauerhaft. Zumindest niedrige Steuern erhöhen es nicht dauerhaft. Ein Priester tritt in eure Dienste. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Aber gern. Alle Bauernhöfe sind belegt. So, Bauern und Bergmänner. Dann kommen gelehrte Ingenieure und Priester. Ich hab getan, was ihr wolltet. Natürlich. Oh, jetzt wird's auch noch Winter. Schnee bedeckt die Landschaft. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Benötigt drei Veredelungsgebäude. Ähm, drei verschiedene? Darf es auch dreimal das gleiche sein? Dreimal das gleiche wäre weird. Normalfall sind die Steuern ab dem ersten Zahltag auf ganz hohe Steuern das komplette Spiel gegenüber. Du hast doch nicht nach dem ersten Zahltag schon eine Kathedrale? Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. So, ein Lehmschacht produziert und gefühlt auch einfach gar nix. Wieder anfangs Kapelle. Ja gut, stimmt. Die meisten sind ja dann Bauern und Bergmänner. Das hat aber auch schon irgendwie was Religionskritisches. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der Dachschiff. So, dann haben wir danach die Kirche mit Schmieden, Alchemisten und Kanonengiesern und dann haben wir Schatzmeister und Händler. Das ist halt sehr spezifisch. Kennt man ja, ne? So eine Heiligsprechung und schon machst du gerne Überstunden oder zahlst irgendwie absurd hohe Steuern. Kein Problem. Am ehem. ă Aber das bestätigt meine These, dass, oder zumindest, äh, das tut dem Spieler leider keine Gefallen, weil, äh, dann ist das Early-Game gerade in der Kampagne halt wirklich einfach sehr langsam, wenn du, weil du halt meistens nur einen Lehmschacht hast. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Ja, klar, du kannst direkt die Ziegelhütte bauen, aber ich finde, ich finde den Anfang nicht geschickt gelöst. Da werde ich dann auch in der Review ein bisschen was dazu sagen, weil ich finde, man hätte diese Stücke, die wir hier haben, ein bisschen anders arrangieren müssen. Wieso habe ich denn jetzt 108%? What? Wieso habe ich jetzt 108% Motivation? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ihr benötigt mehr Lehm. Kommt, Boys, ich brauche noch Lehm. Ja! 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 Zählt die Kapelle auch als Zielobjekt? Das ist die einzige Erklärung, die ich gerade habe, dass das so hochgegangen ist. Das müsste ja dann der zweite Arbeitsgang sein, die da macht. Wird wohl so sein. Das klingt nicht sehr sicher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe die ja extra nicht auf Leben gepackt, damit ich weiß, wie viel die Lebengrube produziert hat. Na gut, ich könnte wahrscheinlich auch hier den Restwert ablesen, aber ich wollte es mir jetzt nicht schwieriger als nötig machen. Mit Fertigstellung der Kirche ist die Motivation auf 108. Das heißt, die Kirche ist potenziell... Ja gut, das ergibt schon irgendwie Sinn, weil wenn du dann wirklich diesen Breakpoint hast, dass du dann eine neunte Schicht drin hast, für alle, das könnte sich sogar fast lohnen, da man diesen Pfad sowieso schon erforscht. So, eine Schicht macht er jetzt noch regulär. Aber ich glaube, das haut nicht hin. oder? Ne, Jetzt gehen sie essen. Also die Kirche alleine reicht noch nicht. Jetzt will ich gerade wissen. Ja, nee, das macht gar nichts. Das macht an sich schon gar nichts. Das soll ich mir ansehen? So, Buchdruck dafür brauche ich... Dafür brauche ich die Universität, oder? Das ist BS. Gib mir mal gerade Konstruktion. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuer. Ah, was ist noch günstig? Ah, was ist noch günstig? Ja, jetzt schon wieder ganz schön. Das ist schon viel rum. Aber theoretisch, wenn das linear skaliert, müsste ja bei 300 Motivation müssten die ja dann hier 24 Arbeitszyklen durchlaufen, bevor sie Pause machen müssen. Und dann müssten ja alle 12% oder 13% dann so ein Breakpoint sein. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Schuld werden gezahlt. So, Universität. Flacht ab 250 ab. Okay. Also, dass man es nicht mehr so leicht hochkriegt, oder dass halt wirklich dann der Effekt nicht mehr so groß ist? Weil das wäre irgendwie eine komische Skalierung. Aber ich glaube, genug Material für ein separates Video ist hier nicht. Ich hatte erst überlegt, dass ich vorher ein Video dazu mache, dass ich darauf verweisen kann in der Review, dass ich da nicht so viel ins Detail gehen muss. aber ich glaube, so viel gibt es da auch gar nicht. Das Gebäude ist ausgebaut. So, jetzt können wir den Buchdruck erforschen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Wow, die haben sich ja wirklich ganz toll verteilt. Kann ich die aus dem Haus eigentlich rausschmeißen? Es beginnt zu regnen. Dann will ich aber mal gerade wissen, brauchen aber dann auch hier das Haus, damit auch alle schön versorgt sind. Weil ich überlege gerade, wenn ich fünf Leute hier drin habe, sechs Leute hier drin habe und fünfte haben Haus und der sechste nicht. Aber es arbeitet ja immer nur einer. Deswegen frage ich mich halt gerade, wie sich das wirklich auf die Produktivität auswirkt. Ausbau abgeschlossen. Ausbau vollbracht. Heureka. 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 Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Ausbau fertig. So, einer kommt ja dazu. Der macht ja aber erstmal nur so eine kurze Schicht. So, 37,30. Wir haben ein 384 Lehm. Der Tag der Abrechner. Steuern und Sold werden gezahlt. So, der geht nämlich jetzt direkt raus. Und hier findet gar keine Animation statt. Und hier findet gar keine Animation statt. So, die sind ja nicht synchronisiert. So, die sind ja nicht synchronisiert jetzt. So, die sind ja nicht synchronisiert jetzt. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht erstmal alle Bergarbeiter entlassen. Damit das synchron ist. So, die sind ja nicht synchronisiert. Damit das synchron ist. so, die sind ja nicht synchronisiert. Musik Musik So, letzter Zyklus Musik Okay, 60, oder da raus Musik Da war jetzt aber nur noch der eine drüben Musik 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 Okay, das Upgrade bringt erstaunlich, Musik Also es verdoppelt einfach mehr Die Produktion, aber meine Erfahrung ist auch Eigentlich, dass Ich glaube, ich habe schon teilweise zwei Ziegelhütten gehabt und der Lehmstollen hat immer noch mehr Produziert, als die Ziegelhütten verarbeiten Deswegen sehe ich noch nicht so ganz, warum ich nicht einfach mehr Ziegelhütten bauen sollte Außer, dass die Steinen kosten, aber Musik Musik So, die Uhr kostet uns 100 Holz und 300 Taler Wie viel gibt die Steuern und Sold werden gezahlt Musik 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 Ja, Davi läuft's Äh, es erweist sich als wesentlich simpler, als ich, äh Als ich dachte, also ich glaube, dort wird sich kein separates Video lohnen Musik Musik So, die Uhr gibt's hier Aber die, so, die Glocke ist halt wirklich nur zum Auffüllen Musik Und das ist eigentlich mehr für Steuern relevant Was denn bei der Kampagne, da schwimmst du eigentlich die meiste Zeit in Geld Musik Musik Aber es bringt halt auch nichts, die Steuern runterzusetzen, weil Motivation halt nicht dadurch über ihr normales Maß gebracht werden kann Musik Musik Ich muss auch sagen, dass ich es nicht sinnvoll finde, dass jeder Siedler, also jeder Arbeiter gleich viel Steuern zahlt Und jeder, ob man gleich viel Sold haben will Musik Das ist irgendwie so ein bisschen unterentwickelt Musik So, das Problem ist, ich kann jetzt nicht auf cleane Weise rausfinden, weil ich kann ja das Gebäude nicht einfach pausieren Was genau wolltest du für das Video untersuchen? Ah, die Beziehung Also zwischen, ähm, Motivation, Glaube, Steuern und Überstunden Ähm, pass auf Ich will jetzt wissen, was die Ziegelhütte produziert Musik So, pass auf Ich würde hier arbeiten, wenn ich könnte Ich würde hier arbeiten, wenn ich könnte Ich würde hier arbeiten, wenn ich könnte Kommt mir jetzt bloß nicht mit Steuern Wenn es hier vorangeht Ich habe keinen Arbeitsplatz Ich habe keinen Arbeitsplatz So, jetzt ist hier Das ist eigentlich weniger komplex, als man denkt Ja Es ist zu statisch Es ist Es wirkt halt irgendwie unfertig Wie gesagt, alle zahlen ja die gleichen Steuern Wo ich mir denken würde Die Priester sollten eigentlich, finde ich Keine Steuern zahlen Weil ich glaube, der Klerus war echt immer ziemlich ausgenommen davon Beziehungsweise es gab ja den Kirchenzehnt Dann Bauern sollten, finde ich, auch wenig zahlen Dafür dann Händler und Schatzmeister eher mehr Und Schatzmeister, die Bank sollte ja sowieso auch wichtig sein, um Geld zu scheffen Damit man sich halt das Militär auch leisten kann So Jetzt will ich halt wissen Ziegelhütte oder will man den Ausbau des Lehmschachtes rushen Ich meine, im Idealfall beides Aber ich habe halt festgestellt Wenn man wirklich alles veredeln will, braucht man ziemlich viele Ziegelhütten Ich finde auch hier mit den Schächten Also ich finde, warum sind Schächte nicht unbegrenzt? Die sind so skaliert, dass sie eigentlich sowieso nicht leer gehen sollen Ich finde, dann hätte man sie auch unbegrenzt machen können Den Output von den Gruben vielleicht geringer dafür Und dann die Ziegelhütte und das Sägewerk von Anfang an baubar machen Da hättest du viel mehr Zumindest noch vereinfacht Diese früheren Warenketten gehabt Die Bank erzeugt ja viel zu wenig Geld Ja, das meine ich ja So Du kriegst Geld nachgeschmissen Weil alles so viel Geld bringt Weil halt wirklich jeder Bauer dir so viel zahlt wie ein Schatzmeister Und der Schatzmeister, ja, der macht seine paar Ticks da Aber du kannst dir das genauso gut in andere Sachen investieren So, wie viel macht der Ziegelbrenner in einem Durchgang? Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wie viel, äh Das war Aber der macht aber direkt einen zweiten Durchgang Also dafür reicht die Motivation anscheinend doch So, wenn ich das richtig gesehen habe, waren das jetzt 64, die er erzeugt hat So, wenn ich das richtig gesehen habe, waren das jetzt 64, die er erzeugt hat So, ich brauche jetzt mal gerade eine Zykluslänge hiervon So, ich brauche jetzt mal gerade eine Zykluslänge hiervon Aber der Zyklus fängt ja auch erst an, wenn sie hier sind Also die Laufstrecke Also es ist zwar auch Zeit, die ich verliere, aber sie zieht noch nicht die, äh Ausdauer runter, wenn ich das richtig sehe Vom, sie gehen ja auch nur einmal holen Das heißt, je mehr sie am Stück arbeiten, desto mehr kriegen sie halt auch raus So, 50, 30 So, dann ist ein Zykluslänge im Grunde noch um 30 Sekunden Aber wenn der halt wirklich dann nur 20 Leben braucht und dann solche Unmengen hier rauskriegt Multiplayer kann man jedes Gebäude anschauen, wie hoch der Verbrauch ist und was veredelt wurde Warum geht das im Singleplayer nicht? 30.000, wahrscheinlich damit Level 1 Bergwerk leer Was machst du denn bitte? Aber ich glaube im Addon haben sie auch mehr von den großen Schächten genommen, das stimmt Und ich weiß, dass die letzten Missionen von dieser Kampagne, also von der Hauptspielkampagne Dass die Gegner da auch irgendwie teilweise 50.000er Schächte hatten für ihre Minen War immer ganz cool, wenn man die dann erobert hat Hat er gerade nochmal abgezogen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Nee, heller nicht, weil man sieht ja hier oben Stimmt, das sieht man ja, wie viel er noch veredeln kann Wie, also, da erschließt sich ja zumindest für mich im Singleplayer nicht, wieso ich den Lehmschacht ausbauen will Wenn ich einfach mehr Ziegelhütten bauen kann Und ich dann auch der Gesamtsumme am Ende über mehr Ressourcen verfüge Weil sie mit mehr, weil sie halt wirklich, also Wenn der, sie haben sich jetzt einmal 20 Lehm geholt Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden gezahlt So, das Ding ist, ich habe jetzt halt nicht gezählt, weil wir das dafür zu verlangt, sondern gegen wie viele Zyklen Wenn das dann auch so jetzt 8 oder 9 waren Ziegelhütten ausbauen lohnt sich dafür umso mehr Jo Aber ich finde halt schon, dass die, dass die Schächte halt irgendwie schon Bottlenecks sein sollten Wie viel verarbeitenden Gebäude man unterhalten kann Im MP hat dann auch 20 oder mehr Ziegler Ja, davon würde ich ausgehen, dass du dann, dass du dann richtig, äh, größenwahnsinnig, äh, arbeiten musst Natürlich Okay, das ist aufschlussreich Ähm, aber ich glaube, dann können wir jetzt im Prinzip auf die Kampagne rüber gehen Ich habe tatsächlich damit gedacht, dass wir hier ein bisschen mehr Zeit verbringen, aber ist anscheinend nicht so Ich habe das Video